Diesen Sommer, liebe Steinböcke, den sollten Sie nützen, um auch einmal eine Ruhepause einzulegen. Im Juli fällt Ihnen das nicht ganz so leicht, da Mars und Sonne gegenüber Ihrem Zeichen steht und Ihnen da auch Spannungen liefert. Sie sind streitlustiger, Sie wollen Ihr Revier verteidigen, aber ganz ehrlich, im August wird es schon viel leichter. Also warum sich allzu viel aufzuregen? Es kommt manches einfach anders, als man sich vielleicht am Anfang vorstellt. Besonders im August sollten Sie sich eine wirkliche, ehrliche Auszeit nehmen und die letzten intensiven Monate noch einmal Revue basieren lassen. Sie haben durch die rückläufige Venus noch einmal die Chance, Projekte, die vielleicht nicht ganz so gut gelaufen sind, noch einmal neu zu gestalten und neu zu starten. Viel Spaß, viel Erfolg und vor allem gute Erholung!